das kapuziner kloster mit der kirche zur heiligen maria von den engeln auch kurz kapuziner kirche genannt und mit der gruft der habsburger befindet sich im ersten wiener bezirk am neuen markt die sehr fromme gemahlin des römisch deutschen kaisers matthias anna von österreich tirol hat in ihrem testament die stiftung des kapuzinerklosters verfügt nach ihrem tod 1618 erfolgte 1622 die grundsteinlegung der 30 jährige krieg verzögerte die bauarbeiten und so wurden kloster und kirche erst 1632 fertiggestellt im vergleich zu den damaligen umgebenden adels und bürgerhäusern war der klosterbau außen schlicht gestaltet die heutige fassaden gestaltung zum neuen markt hin mit großem terracotta kreuz und den fresken von rudolf holzinger stammt aus den jahren 1934 bis 36 kapuziner kirche ist eine einschiffige saal kirche mit vorhalle und zwei seiten kapellen der barocke hochaltar die seitenaltäre und der triumphbogenaltar stammen aus dem 18 jahrhundert die gemälde der altäre schuf der 1773 gestorbene kapuzinerpater johann baumgartner das hauptaltar bild zeigt szenen aus dem leben des heiligen franz von assisi der linke seitenaltar ist dem heilig gesprochenen kapuzinerpater felix von cantalice der rechte seitenaltar dem heiligen an den wänden der kirche befinden sich zahlreiche kleine gemälde mit dem kreuzweg jesu sowie einige gedenktafeln für regimenter der österreich ungarischen armee die linke seitenkapelle ist die prachtvoll ausgestattete kaiser kapelle unter der sich die gründer gruft mit den särgen von kaiser matthias und kaiserin anna befindet die kapelle hier ist das einzige erhaltene beispiel italienischer hochrenaissance in wien neben dem hochaltar und am eingang stehen die vier lebensgroßen holzfiguren der römisch-deutschen kaiser matthias ferdinand der zweite ferdinand der dritte und ferdinand der vierte aus dem hause hauptburg der reliquien schrank neben dem altar mit dem altarbild maria trösterin der betrübten stammt aus dem jahr 1751 unter dem altarbild befindet sich ein gläserner sarg mit einer holzfigur des heiligen johannes nepomuk mit dem altarbildar und Untertitelung des ZDF, 2020 Die rechte Seitenkapelle mit dem Grab von Marco da Aviano wird wegen der aufgestellten Figurengruppe auch Pieta Kapelle genannt. Der Marmoraltar mit der Pieta der schmerzhaften Maria wurde 1712 von Johann Lukas von Hildebrand geschaffen. Der andere Figurenschmuck ist das Werk von Pieta Strudel und Matthias Steinel. Unter dem Altar war eine Begräbnisstätte für Kapuziner Ordensbrüder. Vor dem Altar befindet sich das Grab des 1699 verstorbenen Marco da Aviano. Der 2003 selig gesprochene Kapuzinerpater war Seelsorger, Diplomat, Vertrauter und freundschaftlicher Berater von Kaiser Leopold I. Wegen seiner Rolle in den Türkenkriegen und während der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahr 1683 wurde der Aviano zum Retter Wiens hochstilisiert. Vom neuen Markt und von der Kirche gelangt man über Treppen hinunter zur Kapuzinergruft, der Grablege der Habsburger unter Kirche und Kloster. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war die Türkenkriegen und Atlanta. So wie lange auf dem Altar befindet sich das Programm um die Türkenkriegen und den guidelines für die Türkenkriegen und die Türkenkriegen. Der Untertitelung des ZDF für funk, 2017